Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Coaster. Ja, für mich waren ein paar freie Tage dazwischen. Für euch nicht. Oder hattet ihr schon Urlaub? Naja, schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus? Ich habe schon ein bisschen vergessen, was wir hier gemacht haben. So, hier haben wir uns eine Bahn hingestellt, die wahrscheinlich Geld abwirft. Ein bisschen, so richtig fähnig, ne? Aber ein bisschen. So, wie sieht es denn insgesamt aus? Eher schlecht als rechten. Gewinn, Baukosten, das sah nicht so gut aus. Warum war es denn so viel? Lohnkosten sind gestiegen und Darlehens-Zurückzahlung, okay. Oh, okay, deswegen. Haben wir nicht was gebaut dann zum Schluss? Ja, das ist das Einzige, was wir gebaut haben. Okay, das ist natürlich nicht so viel. Okay, dann stellen wir uns mal ein schneller. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt hier ein bisschen entwickelt. Wir haben als Ziel gehabt... Geh weg. Hopp. So, das haben wir erreicht. Leicht haben wir erreicht. Ziehe 1000 Gäste an. Erreiche eine Parkwertung von 35.000. Das sind wir auch fast. 10 geschäftige, 10 Verkäufer. Okay, und baue ein Personal-Ding mit. 4. Wir haben hier irgendwo so ein Personal-Ding. Stuff-Building, so, da passen wir jetzt rein. Aktuelle Kapazität. 4. Ausruhende Mitarbeiter. Gebäude-Szenario, wie wird hier besser? Aha. Wie ist das so? Wollen wir mal was ist denn da? Guck mal, wie schnell. Ach, guck mal, wie schnell. Okay. Ah, es geht halt echt sehr schnell, ne? Ach, guck mal, die tauschen sich dann immer gegenseitig aus. Ah, okay. Okay, okay, verstehe. Das ist sehr gut. Das lohnt sich. Der macht wahrscheinlich guten Gewinn. Die Warteschlange ist halt echt sehr voll. Dann können wir aber hier auch auf 25 Dollar hochgehen, schätze ich mal. Zumindest erst mal. Gibt's hier keine Musik mehr? Musik. Kann ja nicht hier, hier, ne? Keine Musik. Was ist? Piraten? Ah, okay. Ah, okay. Die Autos haben das selber mit. Ja, okay. Ja, hier gehören eigentlich noch ein paar Figürchen rein, ne? Oh. Bisschen komisch, die Aufstellung. Aber okay. Der Hausmeister ist sehr unzufrieden. Warum? Mein Gehalt ist das allerletzte. Okay, gehen wir mal in die Gehaltsabteilung rein. Gehälter. Von allen. Er ist halt unzufrieden, ne? Dann kriegt jeder... Obwohl die sogar zufrieden sind, ne? Ja. Ist es jetzt besser? Geht's hier jetzt besser? Du kriegst mehr Gehalt. Werden schneller zufrieden. Ja, der scheint noch sehr unzufrieden sein. Wie machen wir's denn? So, machen wir noch mal ein bisschen. Machen wir die drei noch mal... ...etwas höher. Und schauen wir mal, wie die sich... Ist nicht gerade großartig. Immer noch nicht. Nee, schon ein bisschen. Sollte bald ne Pause einlegen. Pass auf, mehr als 90 gibt's aber nicht. Könnte vergessen. Ach, die machen jetzt ne Pause. Ich könnte noch mehr Arbeit erledigen. Oder mach doch. Das soll nicht an mir liegen. So, das sieht relativ gut aus. Jetzt machst du ja bestimmt noch mehr Gewinn, ne? Finanzen. Profite im letzten Monat, nämlich nur 600. Das ist nämlich sehr wenig. Ich schätze mal, das kriegen wir ja jetzt erhöht. Bestimmt jetzt erhöht. So. Wir bräuchten jetzt... Können wir schon was zurückzahlen? Nee. Aber das ist der nächste, den wir zurückzahlen müssen. Das ist immer so wenig, ne? Ob der hier sich sammelt. Ha. Marketing. Was sind denn unsere Lieblingsgäste? Was sind das? Teenager-Gruppen. Aber die bezahlen durchschnittlich mehr für Stingens, ne? Okay, okay. Teenager-Marketing. Ich habe wieder kein Geld. Aber die sind ja Familien. Ja, selbst wenn du das nicht gewinnen kannst. Aber ich kann ja schon mal gucken, was auch steht. Teenager. Das sind Teenager. Zack. Sobald wir Geld haben, starten wir die Kampagne. Lass sie jetzt automatisch erneuern. Nee, das nicht. So, Parkwertung plus drei. Auch ganz nett. Gucken wir uns das Ganze mal etwas an. Jetzt kommen vielleicht wieder ein paar mehr Leute rein. Da hinten haben wir sowas noch. Das hier ist schwierig, ne? Hier gibt es Szenarien, die sind schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind halt dann echt schwierig. 1400 im letzten Monat. Perfekt. Warte mal, habe ich hier überhaupt einen Mechaniker? Oh. Muss ich hier vielleicht mal nachgucken? Eventuell. Du kannst alle zwei, zehn Minuten im Moment hier eine Wartung machen. Das passt. Dass das Ding auch nicht kaputt geht. Ups. Da sind wir irgendwo hingegangen. Also hier sind echt viele Menschen, ne? Echt viele Menschen. Mehr als ich jetzt noch unser Geld darin widerspiegeln würde. Wäre es ja ganz nett. Aber der arbeitet sich schon einen ab, ne? Ich habe gerade viel zu tun, ja. Weil er arbeitet auch gut, ne? Ich mache das relativ fix. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen Zeit. Arbeitszeit normal. Okay. Okay, das geht. So, wo gehst du hin? Ne, du bedienst keine Kunden. Was ist mit dir? Hallo. Wo gehst du hin? Aha. Da ist erstmal ein bisschen Freizeit hier. Jetzt schon relativ viel Energie verloren, dafür, dass der dahin gelaufen ist, ne? Was ist er denn? Ey, er ist nur Profi. Er ist noch nicht mal irgendwie. 41, 43 Prozent. Wieso, aber der arbeitet da jetzt gerade. Interessant. Oh, jetzt wird es hier weniger. Das ist schlecht. Da sollten wir vielleicht mal auf 23, 22 runter. 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 27, 29, 26, 28, 29, 27, 28, 28, 29, 30, ? olabiliraz mit에 dans den village. Das ist ja ne cool ideia. Erleri, ich hab ja noch gar nicht so genau gesehen, ja. euch passiert schon nichts alles gut schön mehrere Diebstähle werden begangen ja, das ist ein Problem, aber da können wir uns im Moment nicht drum kümmern das können wir leider auch noch nicht machen oh ist ja auch noch fies hier ja okay, jetzt schiebt sich das hier wieder ein kleines bisschen zusammen, aber es sollte sich nachher wieder regeln ja ja, im Moment können wir leider nicht viel machen mit unserem Geld leider nicht aber so fängt das an und dann später können wir noch was anderes machen das geht dann wir können ja mal ein Fahrgeschäft planen für uns 700 700 760 was? was hat der denn gekündigt? was hat der denn gekündigt? hier könnte man noch eins hinsetzen aber hier ist nichts doch, hier wäre auch was zu essen hier wäre auch ein bisschen was so wirklich nur ein bisschen kleiner oder ist hier so ein Durchgang ich mag ja Durchgänge, ne? so, so Bergdurchgänge aber ist hier nicht boah, das kostet ja wieder Geld nee dann sind die ungünstiges Zeitpunkt sind die da reingekommen haben die Pech 760 da müssen wir gleich mal gucken dass wir sowas noch kriegen wie sieht's hier aus mit Finanzen? okay, wir können uns das eh nicht leisten im Moment so schnell wie möglich zurückzubezahlen wir machen das mal eben auf Niedrigse dann kriegen wir nämlich mehr Geld äh, im Verhältnis das ist fertig gut das können wir nicht leisten das ist etabliert bringt gut Geld die Läden bringen auch gut Geld außer der wo ist der denn? ah, okay der gehört ja auch gar nicht her alles klar na Leerstand wenn jemand fragt was da liest da ist Leerstand so und hier papsen 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 nicht aber wir wollen schon sehen so Eingang platzieren da hin Ausgang platzieren da hin einen Weg einen schwarzen Weg mit Pfeilmarkierung so viele werden sich da wohl nicht anstellen, ne? nein, ich hab wieder kein Geld mehr nein ich brauch doch nur noch ein kleines bisschen Geld bitte ich würd gehen den Weg zu Ende bauen bitte danke oh Gott sei Dank so machen wir auf aus 8 Euro oder Dollar was? 5 Dollar aha aha aha, da gehen die rein oh, es sind sogar 95 hier Dingens drin nein bitte nur fahren, wenn voll ist danke scheint so günstig zu sein, ne? profit in zusammen cool ich da dann jetzt haben wir das Geld schon fast raus wenn das höher ist als das perfekt ich kann doch bestimmt noch Geld zurückzahlen, ne? hier easy können wir das bestimmt noch besser zurückzahlen nur noch 5 Monate ist der Kredit auch weg so, da haben wir doch schon mal was sehr sinnvolles gemacht dann können wir ja nochmal sparen und nachgucken für das nächste zeigen aber das ist voll das ist ganz cool haben wir noch so kleines das ist irgendwie nicht mehr ganz so klein, ne? aber hier wird das eigentlich gut reinpassen, ne? was ist jetzt? 1500 hatten wir gerade eben jetzt nicht mehr wenn wir da hin tun und dann so rum die Schlange machen dann wird das hier hinten auch alles belebt alles klar, machen wir das als nächstes die Musik stirbt mich hier ein bisschen die Musik stirbt mich hier ein bisschen mhm Chief B von der Polizei, was? wir lassen das einfach auch wenn es sich komisch anhört, aber wo sind wir und wo müssen wir hin? da geht es zurück gehen wir mal gucken, sieht gut aus oh, ist ja leck gespeichert hier hat es noch so, insgesamt hat uns das Ding jetzt 18.000 eingebaut aber okay, das hat aber auch wesentlich mehr gekostet, ne? als hier drin steht wesentlich mehr gekostet so, wie sieht es hier aus? ist das Ding voll? nö nicht voll Wartezeit von Luna Autos 2 zu lang wo ist denn Luna Autos 1? ja, nicht können wir nicht haben so, wie sieht es geldtechnisch aus? grausam warum? warum? Parkverwaltung 50 Gebarmittel okay, weil ich das zurückgezahlt hab und weil wir wahrscheinlich hier eine Menge zurückzahlen, ne? ja, okay da zahlen wir halt eine Menge zurück okay, dann machen wir es anders dann machen wir hier wieder eine Null hin zahlen wir nicht ganz so schnell was zurück und dann schauen wir mal wie viel wir hier überkriegen weil hier sollten wir ein bisschen was kriegen ich weiß nicht, ob wir die hier höher machen sollten die auf jeden Fall hier eigentlich das wäre schlecht, wenn die schlechter arbeiten würden, ne? die anderen sind ja die kriegen mehr geschafft als die als die und das wäre schlecht achso, die ist bereits geplant für eine Fortbildung ah ja, so läuft das ja, ne? die laufen die bilden sich ja fort wenn die dann zurück sind in ihrem ähm häuschen da gucken wir, dass wir die drei noch schaffen auch kein Geld mehr ich hab zu wenig Geld dafür pff, okay uff, der unterste hat ja gerade mal einen Punkt ist ja noch viel weniger wie viel kostet der? achso ach, der unterste ist ja noch der unterste ist nicht so wild der unterste ist ja nur ein Techniker der ist nicht so wild zack so das heißt, wenn die da sind werden die sich alle erhöhen perfekt okay er ist auch Experte, ne? aber der macht schon was schon ganz praktisch guck mal wie sieht's hier aus Profit insgesamt fast 1000 Dollar damit eingenommen das lohnt sich auf jeden Fall das lohnt sich auf jeden Fall okay dann werden wir in der nächsten Folge hier unser ähm nächstes Teil hinbauen wir gucken mal wie weit wir gekommen sind hiermit ähm ja das ist eher noch unverändert hier ist äh fehlen uns nur 3000 gut weitere Verkäufe okay das ist machbar das ist auch relativ einfach das wird nachher noch schwieriger also ne Verkäufertypen einstellen ist normal nicht so schwer für einen Monat das sollte auch gehen das wird noch schwieriger also ne die 60.000 werden nachher schwieriger ja das machen wir in der nächsten Folge ich danke euch fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin ciao